Hallo liebe Forest-Freunde, hier ist wieder der Jonny Do und ja auch die Fado ist da. Zusammen. Ja erstmal gerade noch ein bisschen mächtig gemetzelt. Was haben wir denn heute vor? Wir hatten vor, wir wollten zum Strand gehen. Weil wir brauchen Federn. Also ich zumindest, du hast ja noch so ein paar. Ja, ich hab noch zwei oder fünf Federn. Ja, ein paar Federn brauchen wir noch. Wenn wir zurückkommen, haben wir bestimmt wieder UR irgendwo dann hier drin. Aber es macht nichts. Ich hab drei Äxte manipuliert. Und gucken wir mal. Ich meine, die Palle steht hier. Einmal hatten wir einen drin in hier, ne? Ja, das war wo die Joten hier, ähm, alles platt gemacht hatten, hatten wir auch jemanden in hier drin. Bei die Bäume wollte ich, wie gesagt, dieses Sträucherchen, wollte ich mal stehen lassen. Ich hab mich grad erschrocken vor dem Weg. Wie geil. Wir müssen ganz nah am Rand, weil der Strand war... Ähm, äh, Moment. Jetzt wegen? Da leist ich schon. Ja, da mach du doch. Ist ja hier der, der Hero-Killer. Ach der? Ach der ist bei dir. Da siehst du? Brenn du Jao, Brenn! Brenn und verloben. Mein halte ich hier schön, schön, schön unter Kontrolle, oder beziehungsweise unter Beobachtung. Ja. Um loszusehen, dass der auch... Oh, der brennt nicht mehr. Ja, jetzt brennt er wieder. Oh, der brennt auch nicht mehr und kommt auf mich zugerannt. Ich vergesse immer, jedes Mal die Zähne wieder einzusammeln. Also meiner ist jetzt tot. Ja, meiner auch. Gut, dann kommen wir weiter. Ja. Ähm. Ähm. Äh. Ich hatte irgendwo ne Orange... War da die Orange Flagge? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Einmal bitte. Ich muss mal ne andere Axt nehmen. Weil, ich hab mir ein paar vorbereitet. War das die Orange? Nee, Orange nicht. Hier, die Pilze kannst du essen. Ja. Okay, den nicht. Eigentlich ja. Den nicht ist nicht passiert. Ich bin schon abgehärtet. Äh. War das der Orange? Bist du sicher? Ähm. Ich weiß gar nicht, ob da noch ein Falls geht. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ganz ehrlich gesagt. Also hier geht's ab. Abseits sehr tief. Ähm. Ja, da ist ja hinten. Doch, ich mein, das wär da gewesen. Ja, ich weiß nicht. Du hast ja auch nicht. Du hast die Farbe gemacht. Ich weiß ja nicht mehr, wofür die ganzen Farben waren. Das sollten wir uns vielleicht mal aufschreiben. Gehen wir erstmal zur Orangenfahne. Machen wir mal ein bisschen Entdeckungsweise. War denn Lila? Oder war das Lila? Nee, 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 nee. Lila war das nicht. Nee, Lila war, glaub ich, ähm. Ja, dann können wir da gar nicht sein. Lila war dann bestimmt, ähm. Das Flugzeug. Kann sein. Müssen wir demnächst mal alle Fahnen erkunden und dann werde ich mir das mal merken. Oh, Wasser. Weil, äh, du hast es ja nicht so mit dem Merken. Ah, ich bin ein alter, vergesslicher Mensch. Ist dünn. Alter. Solltest du schon einen Sack bestellen für nächstes Jahr für deinen Geburtstag? Ja, bitte. Nein, Quatsch. Äh, wo bist du? Ach da. Ich sehe dich hier gar nicht. Ich gleiche mich durchs Unterholz. Ja, wir sollten ein bisschen vorsichtig gehen, weil, äh, ich weiß nicht. Ja, gestern, gestern hatten wir ja schon einen Galoppelhals in der... in der... in der... Vorderbasis. Ja, der war auch richtig mächtig, richtig hart. Ja, ich hab wohl kein Alkohol mehr, das heißt, ähm... Ich hab noch Alkohol und ich hab auch noch, ähm... Also im Strand finden wir auch ganz viel Alkohol. Da finden wir mal ab. Aber ich hab Monis, hab ich fertig. Das haben wir fertig, äh... Ach so, Moni, doch braucht jetzt. Das sieht doch feiny. Oh, ich hab euch fertig. Da könnt ihr noch mal ein bisschen rennen. Ja, aber ähm... Da hab ich gleich wieder einmal so viel. Ach so, Blümchen. Ja, ist schon nicht. Genau, ein Kräuter gehabt. Akkupfer und was und gut hier wo bist du in den Koffern wie ist zu abgab Stoff Stoff ist gut Stoff kann man immer gebrauchen da ist sowieso ganz viel Alkohol du böse Geist auch wenn du mit zu gehst das Ding hat sich das rumpelig an ich wollte schon sagen was so was geht mir jetzt an was denn ach der schoss Tennisball ja gut dessen kann ich nicht mehr aufnehmen ok ja da können wir weitergehen ja wo ist jetzt die Pfanne hin oh hier in dieser richtigen Wand soll oh ach du ist unter Holz ach du machst mich schon wahnsinnig warum ich bin und dann sind doch kommen wir mussten wir sind ruhig von meiner Nase nun nicht nur Das ist bei mir keiner. Habt ihr uns was gefolgt? Ja, es raschelte. Es raschelte im Stroh. Ja, ich auch. Nee, hier muss der Strand sein. Ja, keine Ahnung. Das war schon bei ich jetzt. Nee, hier ist der Strand. Dann war lila, war dann wahrscheinlich da die Absturzstelle. Die hatte ich ja auch markiert. Mal Ahnung. Ah, guck mal, hier ist ein Topf. Den kannst du ja mitnehmen. Ja, genau. Du auch. Nee, ich hab da einen schon. Ach, du musst ja noch verwenden. Hast du deinen noch? Hast du deinen mitgenommen jetzt? Nee, ich hab einen mitgenommen. Er war ja zum Wasser abkochen. Also, nur erstmal hier so am Strand liegen schon immer Sachen. Ja, man muss, ich hab den Möbel, bitte. Hey, jetzt liegen sie wieder weg. Ja, also, im Notfall muss man auf die andere Seite. Das hat man ja letztes Mal. Ach, das war schon mal Heiko, aber. Ach, wie ich was liebe. Juhu, die erste. Alkohol. Alkohol. Ich hab mal. Ich hab doch mal sitzen. Oh, hier sind auch nur so. Ich bin schon, bin schon kräftig am Sammel. Ja, ich bin noch nicht. Ich muss mal gucken, wie da perfekt geplatzt ist. Bei, äh, bei uns sporen die ja immer unterschiedlich und ich muss mal eben im Montag. Oh, ich hab hier gerade voll das Möwen-Neste. Das ist ja mal fettgeil. Was kann ich, wo ich hier überall hinschlagen soll, damit ich, oh mein Gott, das ist. Ah, muss ich nur daneben stellen und einsammeln. Das war sie leider gar nicht mehr, welche Flux sind. Ah, doch. Äh, Fehler kommt wohl. Ja, setzt euch. Macht euch bequem. Äh, ups. Warte. Besuch. Und da war der Möwenjagd, das gibt's auch gar nicht immer. Ja, ich... Warte, ich muss ins Inventar. Ich muss noch eine Axt holen. Alles gut, alles gut. Oh. Ich komm. Oh. Oh, 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 oh. Da renn, noch weiter weg. Oh, oh. Der sieht böse aus. Ey. Wo bist du, ey, renn da mal. Du läufst da gemütlich, ey. Was ist das? da steht aber noch einer da steht ich sehe jetzt ganz dringend ok medis eben schnell steinachs eigentlich wieder wir müssen auf jeden fall federn haben also ich muss jetzt einmal mit dem sperr es bringt mir nix ich brauche Federn oh süße Möbe ja, hallo? ach, da steht schon wieder dahinten einer warte ich kümmere mich um den das ist der cd-spieler mann ja, getroffen er brennt ja, er ist tot umgekippt so jetzt landen wahrscheinlich keine Möwen mehr hier doch, bei mir wohl, ganz viele sogar ja, das sieht sehr uhrig aus hm? wo das? ah, ich will doch keine Möwen mehr in den Golfball, ey komm zurück Möwi so ist es warm gebe mir deine Federn es sind so viele hier gelandet jetzt werden da wieder keine Sau hier doch, bei mir sind immer noch ganz gut Verschwörung wie viel hast du denn schon? oh, da kommt ja schon wieder einer bin mehr die Pfeile am verballern als sonst was oh, da kommt 1, 2, 3 ok, warte nee, warte, die haben uns noch nicht gesehen die sind jetzt wieder hinterm Hügel das heißt vielleicht kommen wir ja gar nicht doch oben steht einer auf dem Hügel ja, ja, aber die haben uns noch nicht gesehen, ne? ja hier gehen wir doch auf und da sind meine Möwen jetzt voll weg äh man nicht, das ist nicht mal eben Kraft, ey meine Axt, denn nicht voll ich meine was tutern, und zack hm dann gehe ich vielleicht noch mal ein Stückchen weiter aber lass mich schon laden genau ah, Alter, ich will den Scheiß tun es gar nicht wo ist denn Alkohol gefunden? ah, da ich mache mir doch mal direkt äh, schon mal wieder Monotox-Frocktails fertig weil so ein Galoppelheim oder so normal, äh, ich höre Möwen, aber ich sehe keine das ist doch eine Verschwörung hier wegen mir ich habe ihn mit dem Arm gehackt und das nehmen wir mit dem Speer ich habe ihn mit dem Speer kommt an komm mal, hier, 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 hier vor den Kopf abrollen hier Sami Fußball Die sehen aber auch nicht mehr schöne Möwen, oder? Meine Möwen haben einfach aufgehört. Die fühlen sich wahrscheinlich recht belästigt. Ja, wir können doch mal ein Stück da hinten lang gehen. Ja, warte, darf ich eben essen und trinken? Nö, darfst du nicht. Da hinten zu dem Weihkadaver. Da dürften auch zwischendurch welche landen. Also da hatte ich vorhin Glück. Wo? Achso, hier. Ich hör welche, aber ich seh keine. Ich war auch gleich schön, aber ich bin hier auch grad cool. Ich hab nochmal Alkohol gefunden. Was ist das denn für ne geile Insel da hinten? Hast du die mal gesehen? Hä? Ich war's. Ich bin gesprungen. Ich frag dich, hast du die Insel da hinten gesehen? Ich war's doch nicht. Ja, aber ich habe... Ich war's! Ich war's! Ich hab Respekt, da rüber zu schwimmen, weil wenn da Haie sind... Einen habs und wir sind weg. Ich weinen nicht, wenn der Haie kommt. Du weißt genau. Da haben wir keine Schnitte. Wir sind dann... Low Energy. Oh, eine Malke. Du? Was hast du? Ich hab gedacht, man kann hier... Wollt ihr das? Das wolle ich. Ey, ich wollte mal Fische gucken. Hier, hier sind Fische. Ob ich... ob ich schaff... Ist man eigentlich auf Seesterne? Seesterne nicht, aber Fische eigentlich kannst du... Kann ich einen Fisch mal kriegen? Echt? Hier ist ein Koffer. Oh. Hier ist was. Jo, hier ist ein Koffer. Ich hab Fische gefangen. Hey, ich hab Fische gefangen. Was sind das für Geräusche? Ich bin fast ersoffen. Ach so. Unter dem Wasser ist... ein Koffer. Bei einem Koffer, ja. Aber... Oh. Ah, der ist zu tief. Oh, ich hab einen Fisch. Ich hab auch einen Fisch gefangen. Da ist noch ein Koffer. Hm. Warte mal, vielleicht mach ich den da oben. Habe ich auch schon versucht. Aber es klappt ja nicht ganz so gut. Ja, aber den Koffer, den hab ich hier fast oben. Guck mal wie ich gut bin, wa. Guck mal, wie ich gut bin, wa. Gut, wa? No. Oh, Manni, Manni, Manni. Da ist noch ein Fisch. Hier sind mehrere Koffer unter Wasser. Oooo. Oh, Manni, Manni, Manni. das hat man noch nicht so können wir noch ein bisschen mehr als erblüht und liegt doch die koffer unter Wasser wo sie auch noch nicht also ein Fisch habe ich gefangen lang halt die Fische auch nicht immer noch ein bisschen erkunden ich bin fast ich habe keine Energie mehr als ein Snack fressen aber das ist nicht mehr viel ich komme zurück, hier ist nicht mehr viel wieso, da hinten bist du doch irgendwo ach ja stimmt ebenso aber es wird dunkel, glaube ich ja alle sind nicht so schlimm ne, nur die Ohren sind das fressen uns ich glaube nicht, da hinten ist nämlich die Jagd und da waren wir vorher ja dann sind wir auch nicht weit von unserem anderen zuhause vielleicht finden wir da noch ein paar Möpchen und äh dann gucken wir auch Schildkröte wollten wir auch beide nochmal mitnehmen Faktalan, ich muss nur eben was füttern bitte, bitte, mir den Arsch bei halten der isst doch nix ja, wer weiß die verfolgen einen ja, Schildkröte ist jetzt noch ganz so dramatisch das machen wir jetzt nicht aber ähm ja natürlich ich glaube hier liegt noch was Alkohol ich? ja ach cool ich auch direkt mit man kann ja nie wissen hier ist ganz viel Alkohol, sehe ich gerade und äh Geld Cola auch hier kann ich mich mitnehmen Alkohol ich mach nix Alkohol 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 Nix Zwei Geld 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 ich hab ganz nix Tennisball den brauch ich nicht Geld Geld Kohl Kleingeld ja, Kleingeld hab ich auch schon einiges ich hab ja direkt ein Monotop-Kopfbild dann ist fertig auf der anderen Seite sind andere Sachen hier und so sogar vier Blinken ich glaub da hinten hab ich so auch eine Taschenlampe irgendwo gefunden, ne? wieso nutzt du die eigentlich nicht? keine Ahnung keine Ahnung eigentlich eine gute Frage ah ne Schildkulte der muss so ein paar mal auf den Kopf ja warte ich hol' ich mein Axt drauf wenn wir gerade da so von ansprechen waren, ne? hallo hallo schildi hallo hallo so zack fertig okay, hallo hol' hier ist auch noch eine, ne? hier, kannst du die wegnehmen hier oh ich weiß nicht, ob der uns gesehen hat ähm aber falls nicht, würde er uns jetzt oh hallo ich hab auf dich geschossen ja hallo du bist du was umreiß' meinen Axt oh da ist noch einer oh dann brennt aber direkt mit der Koffel ist direkt damit reingesprungen und einer läuft im Wasserfall da hat er die Schildkulte mitgenommen? ja 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 das ist da draußen wo ist die Pusse? der rennt weg ja 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 die Pusse, der hat nicht nur mehr raus ne ja die eine, eine hängt von nach oben ja wer war der? ja warum rennst du? achso, wenn du nicht dran ja 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 wollte mich gerade ein bisschen hier auskommen weil hier sind so viele lustige Möwen Möwen, meine Freunde ja gut echt echt Möwen oh Gott sei Dank was ist das wir haben sie das nicht nicht wir haben ja keine Mühe hier aber wir haben ja keine Mühe hier ein panzer ja so gibt es doch nicht warum man hat sich auch mal ausgemeldet und friere leicht jetzt mich fast erschlagen habe ich nicht aber ich habe ganz viele körper ich gehe mal nur irgendwann mal wieder ein bisschen das ist natürlich das lohnt sich dann doch mal ruhig muss ich nicht mehr nehmen kann kein medis mehr aufnehmen das war es mit dem kopf glaube ich ja ist aber egal so haben wir halt noch ein bisschen ich glaube da hinten ist sogar noch die feuerstelle von uns wenn ich jetzt richtig druck ja das kann gut sein oh aber ich glaube da ist auch gesucht unsere sitzbank ist aber noch da ich mach mal eben weg hier feuer an weil wir gleich ja und wir haben da hinten ich weiß ich hab's schon gesehen aber ist nur einer ja ist nicht so schlimm ähm da macht man mal wieder das leckere fischchen drauf ich muss auch was essen wer schreibt mich da an ich muss der da hinten warte ich immer mit dem mal hin sehr nett naja er bringt er kommt danach noch nicht zu du hast denn im auge ja er brennt ja was machst du denn da und jetzt eigentlich mal umkippen er ist nicht umgefallen was soll das machen naja ich bin ja da kommt noch einer naja einer da kam eine ganze Schar und die ganze Vogelschar und und ich will eigentlich noch was essen aber keine Ahnung und ich kann auch noch essen ich hatte auch was drauf getan ich tue mal eben mit dem Topf hier schönes leckeres Wasser öh guck mal kann man hier kann hier kann man glaub ich kein Wasser nehmen oh ne hier kann man kein Wasser nehmen schade salzwasser kann man also schade ey ich esse nicht blätter drauf was denn oh sie müssen aber ich hab Angst jetzt einen Stab zu nehmen scheiß drauf ich nehme jetzt einen Stab leider und so oh oh ja ich muss leider irgendwas möchte ich saufen ich mach mal eben die Koffer auf ich bin auch dabei der ist bei mir noch offen der ist bei mir noch offen ja den habe ich doch gerade aufgemacht kann man nicht mehr von mir noch offen achso ne er kann auch sein dass du mit blutest wenn du so zu schnell e drückst da sind zwei Mal Medis bei mir drin oh Möwe Möwe ey Möwe oh scheiße ich hab Hänger ja ja kannst bitte aufpassen ich hab nämlich nen Hänger also wenn ich jetzt nicht flieg oh oh du bist noch da oh ja ich hatte nun Hänger geil ich hab's echt gedacht ich schliebe ich schmeiße ihn ins Meer genau so mal eben die Koffer hier öffnen wenn wir gleich Besuch wahrscheinlich kriegen ich seh jetzt zwar nix Alkohol kann ich nicht mehr oh Dynamit dich will ich ich höre Möwe ohne Ende ich höre auch welche aber U2 hab ich nicht erwischt ok das ist die nächste Möwe aber ich muss unbedingt jetzt leider was trinken das höchst alles hast du eigentlich gefuttert ja ne ja ich hab dir was gewusst die war da auch irgendwo das Grab ne naja genau hier war das Grab die Kassette hatten wir ja ne ne hab ich dann nicht mehr gehabt ach so warum ach du bist geflogen ne ja 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 genau genau ja irgendwie ist das aber keine sehr ähm gute Ausbeute heute nicht wirklich ne ich hab mir mehr versprochen mit den Möwen so ein bisschen aber hm aber besser als gar nichts wir haben ein bisschen was gehabt vielleicht hier hinten nochmal ich geh hier hinten nochmal gucken wo waren denn die toten die mega toten Haie da sind so einige tote Haie mal gehabt das war auf der anderen Seite ups besuch 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 wo ach quitsch oder da ach er hat uns auch gesehen aber ich glaube er rennt weg oder ja kommen wir rennen mal hinterher bevor der Verstärkung holt da ihr warum ist ihr denn mir immer warum ist ihr mir denn immer mal einen schönen Panzer weghaube ihr Schweine ihr Schweine ich wollte eigentlich nur da hinten noch ein bisschen gucken aber ob wir da vielleicht noch was finden hast du ja wir können ja da hinten waren nämlich auch die Container wo hier hinten wenn wir hier weiter lang ich kann sagen und wir machen jetzt einfach oh shit ich muss was essen aber das wird ja was zu trinken fallen lassen das ist sehr gut auch sehr gut so also sind wir aber nicht so schnell gestorben war ich bin mal nicht gestorben naja kommt noch ich glaube da hinten war noch ich glaube da hinten war noch ich denke mal wir suchen jetzt wir laufen hier noch den Strand komplett ab und dann ja wir sind eigentlich schon ein bisschen über die Zeit wir könnten eigentlich ein kleines Folgenpäuschen machen ich sagen dass wir auch mal schichten weil wir haben wahrscheinlich schon wieder spät ich weiß es nicht ne ne so spät können wir es noch nicht haben wir machen jetzt mal mal ein Folgenpäuschen oh hier ist nichts mehr du hast uns total in die falsche Richtung gelobst okay hm aber wir haben ein bisschen entdeckt dann war das bestimmt auf der anderen Seite ja dann warte wir hier sind wir safe dann äh ja machen wir doch mal hier ein Folgenpäuschen komm hier schlag ein warte oh oh ahhh du hast mich verbrannt du kommst immer dann nah wenn man ja komm her du beginn du schreist sehr lustig ja tschö mit Ö tschö tschö bis zur nächsten Folge tschau i fei Ciao, ciao!